Ähm, ich war früher im Fernsehen, aber dann kam ein Flachbild-Fernseher mit dem Markes. Pass ich nicht mehr rein. Ähm, ich war bei TV-Total, Stefan Rapp das moderiert hat, eine Woche später haben wir die Sendung abgesetzt. Äh, wo war ich noch? Ich war, äh, in der NDR Talkshow mit Barbara Schöneberger. Ja, das war 2016, mittlerweile sind alle Zuschauer, die diesen Auftritt gesehen haben, an Altischwecke gestorben. Ähm, kennt ihr Comedy Central? Ja, das kenne ich auch. Äh, neulich war ich bei Dieter Nuhr, äh, der sagte mir, raus aus meinem Garten! Ich war, es war Dieter Nuhr, er sagte, raus aus meinem Garten! Dieter Nuhr flüstet immer, wenn ich seine Texte hätte, würde ich auch nicht wollen, dass irgendeiner sie hört. Ja, dann würde ich Briere endlich Ebener Ife nicht und sichwind Marx directed an. Ja, ich weiß nicht, dass ich nicht mehr als NDR gehen muss.